Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Dies ist nur eine Aufnahme und heute ist der oder heute ist der 14.12. Das Spiel ist für den 1. Essen. Frohes Neues. Happy New Year. Ich spiele zuerst BR und danach CS. Viel Spaß. Die erste Runde geht los BR. Wir starten wie immer im Flugzeug. Ich hoffe hier sind ein paar gute Spieler dabei. Auch wenn ich sterben sollte, wir schauen uns den Spieler bis zum Ende an. Oder das Spiel bis zum Ende an. Vielleicht kommen da ja noch gute 10. Nicht von mir gespielt, sondern von den anderen gespielt. Ich suche wie immer erst meinen blauen Punkt. Da ist er. Und dann kann ich auch gleich rausspringen bei 600. Was habe ich denn dafür an Bord genommen? Ein Brotbrett. Genau bei mir ist auch ein Gegner. Der ist genau das gleiche gedacht wie ich. Keine Waffe hier. Oh nein. Da ist eine Waffe. Eine Schrottfinder. Okay. Kann ich schon mal irgendwo reinrennen und von drinnen dann die Leute über den Haufen schießen? Das wird mir schon ein bisschen aufgewertet. Ich habe dafür 놀�ione daughter. Auch das boredom wurde nachreden. W�� aber auch löser. Wie will ich das? Oh Okay Jetzt geht es weiter Also Schrotflinte habe ich Da habe ich eine schöne Schärfschützengewehr Da nehmen wir natürlich auch mit Dann wäre natürlich nice Ich habe jetzt noch eine Torgefin Oder eine Mag 7 Was hat der Mp5 M4 A1 Okay Keine Torge dabei Level 3 er Helm Nice Sind wir eigentlich schon Da ist die Torge Gehen Jetzt habe ich meine Lieblingswaffen wieder zusammen Jetzt kann es eigentlich nichts mehr passieren Außer es versterben Lol Nur mal ein paar Sachen einsammeln So viel Granatwerfer hier Tja Was machen wir denn jetzt hier Wir haben jetzt Wolle Tja 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 Da, 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 die Wand, die kommt. Ich bin gespannt, wo ich gleich hinlaufen muss, wie weit das weg ist. Ist ja gar nicht so weit weg. Aber jetzt haben wir gleich alle Wohnwagen durchgescoutet. Hier noch und den anderen da drüben noch, dann haben wir alle. Ah ne, da waren wir schon drin. Hier waren wir schon drin. Wenn ich wüsste... Da ist noch ne Torge. Nice. Wenn ich wüsste, wie weit, dass die Zone noch geht, ob sie über der Insel rüber geht oder nicht. Das wäre eigentlich voll wichtig zu wissen jetzt. Schauen wir mal auf der Karte. Guck mal, wo geht die hin? Über die Insel? Oder bleibt sie hier? Ich denke, die geht über die Insel. Auf gut Glück rennen wir schon mal nach unten. Können wir dann sofort entscheiden, wenn wir da sind. Aber wenn die Zone sich verändert hat, wo wir hinlaufen wollen. Da unten ist ein Pilz. Das ist gut. Denn ich habe Hunger. Da ist er. Hören wir schneller oben nochmal rein. Ich glaube, da muss es gleich von der Zone verschlungen sein, die Ecke hier. Knapp, aber müsste weg sein. Weißt du, schaut einer hier hoch? Oh, gefährlich, wenn ich runterfalle. Bleiben wir lieber hier. Hier ist nichts. Hm. Oh. Hey, hey, getroffen. Na, willst du vielleicht schwimmen? Triple kill. Ich will. Ah, shit. Das finde ich shit. Das hat Spaß gemacht. Oh, gute Sachen. Junge, ich habe ein Scharfschutzengewehr gehabt. Hast du das nicht gesehen? Na ja, was soll's? War da einer? Schauen. Wo ist einer? Ich muss mich gleich bewegen. Ich muss mich gleich bewegen. Schade. Ich bin gern hinterm Stein. Da. Da war's. Oh, da habe ich Halluzination. Das kommt durchs Bewegen hier immer so ein bisschen. Weil es dann teilweise ein bisschen schwimmt die Grafik. Okay. Okay, wir in den Haus rein. Let's go. Wo? Jetzt war ich grad voll erschrocken. Was war jetzt los? Hey, was war das? Wo waren die Gegner? That's right. I'm the game champ. Old news. Old news. Okay. Let's go. So. Wir gehen zu CB. CB. CS meinst du natürlich. So. Dann werde ich mich einmal ausstatten mit meiner Level 2 Weste und mit einmal Pilze. I'm feeling the burn. I'm feeling the burn? Oder den bird? Darf ich da durchlaufen oder krieg ich auch Schaden? Ah, ne. Nur ein Gegner kriegt Schaden. Das ist gut. ...Helft Mia! Herz mir! Herz mir! Thanks! Herz mir! aber kurz einsammeln ok die nämlich dankeschön dankeschön, jetzt kann ich mich noch mal weit ausrüsten oh ich hab ja noch Geld, warte mal oh nice, oh ich hab ja noch Geld vielleicht wird ja meine Rüstung kaputt gehen okidoki die rennen alle nach rechts rüber die rennen alle nach rechts rüber ah Mist Mist Aua das war der Ring die Sympholia ja das kommt wenn man sie nicht heilt, wenn man Zeit hat um sich zu heilen aber sich nicht heilt dann kann es so aussehen ausgehen, aussehen, geht beides so wie ok natürlich nur heilen wenn man Zeit hat das bringt nicht wenn man sich heilt und da kommen Leute an und schießen auf dich dann musst du dich natürlich in Sicherheit wiegen wiegen? in Schlaf wiegen? ja 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 Help me up! Ah, ich wollte es ausprobieren, hat nicht geklappt, doof von mir, aber noch haben wir jetzt, genau, let's go again, probieren wir es nochmal, aber jetzt richtig, ok, Leute ich gehe nach oben, ok, ok, oh dankeschön, ich hatte eine erhöhte Position gerade, ich renne da oben hinter der Mauer Ah nein, er hat mich erwischt, er hat den einen wiederbelebt, nein, nein, die Wand die kommt, Hilfe, die Wand ist da, ich muss schneller kriechen, Hilfe, ah, ich bin da, was machst du denn da, Junge! Was machen die da? Was machen die da? Ah, jungen. Holy shit. Holy shit. Das kann doch nicht wahr sein. So, einmal den, falls was ist. Reparieren. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay. Ich weiß ja nicht, ob das noch was wird. Die brauchen noch einen Sieg. Okay. First blood. Wow. Häh? Wird er nicht getroffen? Vor allem hinter der Wand? Ach da war nur einer Ach ne Kriegt er gar keinen Schaden? Was hat der gemacht? Ich verstehe das nicht. Naja egal. Verloren ist verloren. Ja egal. 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 Ich habe am meisten Schaden gemacht. Keiner war besser als ich. So ein Mist. Na gut okay. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Dankeschön für das Zuschauen. Ich freue mich. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.